Wir schreiben den 8. Spieltag der 3. Liga. Wir sind zu Gast bei Dynamo Dresden. Ich bin Robert Fischer und neben mir hockt der Daniel. Servus. Servus Robert, servus Jan-Fans. Für uns war es das erste Mal in dieser Besetzung hier. Es ist höllisch laut. Wir verstehen unser eigenes Wort nicht. Ich weiß nicht, wie es rüberkommt. Aber es ist der Wahnsinn. Geiles Wetter. Der namhafte Namen war in Regensburg zu Gast bei Dynamo Dresden. Was immer mehr, oder? Einfach frei. Heute passt alles. Wie gesagt, jetzt kommt gleich die Mannschaftsaufstellung der Dresden. Also hier ist es unheimlich laut, wie der Robert schon sagt. Wir verstehen uns kaum selber, obwohl wir nebeneinander sitzen. Und ja, es ist eben kurz soweit. Ich denke, wir fangen auch mal mit der Mannschaftsaufstellung von Dresden an. Dann haben wir genug Zeit für die Jahraufstellung später. Dann handeln wir das mal ab. Ich denke, die spielen wieder mit einem 4-2-3-1. Haben sie die ganze Zeit durchgezogen. Es gibt nur zwei personelle Veränderungen. Die Aufstellung Kirsten im Tor. Keik Serra auf der linken Seite. Erdmann, Hefele bilden die Innenverteidigung. Kreuzer auf der rechten Außenverteidigerseite. In der Mitte steht Moll und Viel. Davor spielt Dürrholz. Links außen Stefaniak. Rechts der Eiers. Und vorne der Stürmer mit drei Tore. Komm Valjus. Also wie gesagt, noch zwei Positionen, die Veränderungen. Ich glaube, Stefaniak und Hefele sind neu ins Team gekommen. Stefaniak hat an das Tor letzte Woche geschossen. Sein erstes Saisontor. Wir haben es 2-0 gewonnen. Generell sieht die Bilanz auch ganz gut aus. Für den Jahr, wie wir alle wissen, haben wir die englische Woche ziemlich gut überstanden. Hätten auch mit voller Punktzahl rausgehen können. Neun Punkte. Am Ende wurden es fünf. Mit einem Unentschieden gegen Rostock. Sieg gegen Stuttgart. Und Unentschieden gegen Cottbus. Dresden hat es nicht ganz so gut erwischt. Die haben zwei Niederlagen. Einen Sieg. Haben sich leider wieder gefangen. Haben gegen RWE und Kiel verloren. Eigentlich Gegner, die Sie bestimmt gedacht haben, dass Sie die schlagen. Und mal schauen, ob wir Ihnen auch ein Bein stellen können. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall heute. Ein Punkt muss auf alle Fälle drin sein. Wobei wir lieber mit drei nach Hause fahren würden. Ich sage einmal, verlieren ist heute wieder einmal verboten. Dass wir mit unserem Befreiungsschlag, sage ich einmal, mit drei Punkten wieder ins Mittelfeld springen können. So, und ich sage jetzt einmal kurz die Ausstellung von unserem Jahr. Ganz so, wie wir heute da in Dresden auftreten. Wir haben im Tor wieder einmal Stefan Lovoy. Dann haben wir die Viererkette in der Abwehr. Mit dem Thomas Kurz und dem Matthias Thürmeier. Und auf den Außen stand es auch Herzl und Fabian Drittenbach. Vorhin vermutlich auf der Sechs haben wir einen Andi Galpel. Im defensiven Mittelfeld noch Patrick Lienhardt und Gino Windmüller. Im offensiven Mittelfeld haben wir einen Andi Güntner und einen Ayo Saar-Hosmann. Ganz vorne im Sturm ist Daniel Franziskus. Heute nicht dabei, verletzungsbedingt, Roma Stressler und Oliver Haim. Als Ersatzspieler, Ersatz-Torrat Dominik Beerkhoff, Schmidbele, Jonas, Erwig Drüppel, Daniel Steininger, Zlatka Mujovic, Markus Smarza und Christoph Rech auf der Bank. Ja, leider hat es unser Olli Haim, unser Käpt'n, nicht geschafft, noch fit zu werden. Glaubst du, das wird ein Knackpunkt im Spiel oder meinst du, das können wir kompensieren? Ja, ich denke mal schon, dass man das halt ist. Natürlich ist der Olli Haim nicht mit dabei. Es ist natürlich immer schwer zu ersetzen. Aber ich denke mal, der Andi Galpel, der wird das halt schon richten. Ja, das glaube ich auch. Und eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Wir haben einen aufsteigenden Trend. Und selbst wenn es hier schief gehen sollte, wir liegen noch vier Punkte vor Köln, Mainz und Stuttgart. Also da brennt zumindest heute nichts an. Also man kann hier komplett frei aufspielen. Auch bei dieser Superatmosphäre, das muss man neidlos zugeben. Aber auch sehr viele Regensburger sind die Reise angetreten. Auch hier machen die Ultra schon Rabatt. Wird jetzt natürlich von der Musik ein bisschen überspielt. Wir verstehen hier auch fast kein Wort. 19.500 Karten wurden im Vorverkauf verkauft, hat uns heute der Janni gesagt. Sieht auch sehr gut gefüllt aus. 32.066 passen hier im Stadion Dresden rein. Jetzt ist die Musik auch endlich vorbei. Jetzt wird es vielleicht mal ein bisschen leiser. Die Mannschaften sind aber noch nicht zu sehen. Wie lange haben wir noch? Auch noch gut drei Minuten. Ja, wie der Oberöhrer schon sagt, wird heute mit so 22.000, 23.000 Zuschauern gerechnet. Auf Seiten des Jahren, ich sage einmal, so gut 150 Zuschauer sind ungefähr mitgereist. Hier nach Dresden in die Landeshauptstadt von Sachsen. Noch kurz weiter zum Schiedsrichter. Hauptschiedsrichter ist heute der Frank Willenburg aus Osnabrück. Seine Assistenten sind der Henrik Baramlage und Lars Thiemann. Kurze Statistik noch zu Frank Willenburg. Er hat uns bis jetzt viermal gepfiffen. Bisher haben wir zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Also mit Schiedsrichter Frank Willenburg bis jetzt noch keine Niederlage. Er hat uns auch beim Sieg gepfiffen bei unserem Heimspiel in der 2. Liga. Bei unserem Heimsieg gegen St. Pauli, das 3 zu 0 für uns erinnerte. Und in der vorigen Saison bei unserem 3 zu 2 Auswärtssieg bei Rot-Weiß Erfurt. Also die Zeichen vom Schiedsrichter her stehen ja schon mal nicht schlecht. Dass wir heute auf alle Fall mal einen Punkt mitnehmen. Ich würde sagen, die Bilanz versuchen wir auszubauen mit dem Schiedsrichter. Und die generelle Bilanz sieht ja auch nicht ganz so schlecht aus gegen Dynamo Dresden. Oder wie sehe ich das? Ich glaube, drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen über die komplette 2. und 3. Liga Saison. Also über alle kompletten Saisons drüber. Das heißt, auch hier können wir die Statistik noch zu unseren Gunsten drehen heute. Jetzt müssten die Mannschaften sich eigentlich langsam bereit machen. Die Uhr tickt schon langsam auf 14 Uhr hin. Ich denke, wichtig wird es sein, hier diese Stimmung einfach entweder selbst aufzunehmen, sich nicht davon beeindrucken zu lassen. Und die Dresdner früh den Zahn ziehen. Unser Trainer hat ja auch gemeint, hier müssen wir jeden Zentimeter des Rasens umgraben. SSV volle Pulle! Und SSV volle Pulle geben, genau. Dann wird es hier schon was. Und ich denke, der Rasen lädt auch ein, umgegraben zu werden. Schaut super aus. Schaut halt ganz gut aus. Die ganze Platz, das Wetter, die Zuschauer, die Stimmung, alles heute ist angerichtet für unseren Auswärtssieg. Jetzt wurde auch noch gerade Patrick Wiegers auf der Leinwand eingeblendet. Der wurde erst gestern verpflichtet von Dynamo Dresden. Unser Ex-Torwart. Ja, schön, dass er eine Anstellung gefunden hat. Hoffen wir, dass er heute nicht Geschichte schreibt mit irgendeinem ungünstigen Szenario. Genau, er steht zwar heute im Kader, aber halt als Ersatzmann für die Nummer 1 von Dresden, für Benjamin Kirsten, da sich der bisherige Ersatz-Torwart leider den Arm gebrochen hat. Musste Dresden praktisch nochmal kurzfristig am Transfermarkt zuschlagen. Ja, und da haben sie relativ schnell eine Lösung gefunden. Jetzt geht hier gerade wieder der Pauk ab. Ich sehe immer noch keine Spieler, die, es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis die sich bereit machen. Da kann ich ja ein bisschen aus der Geschichtskiste plaudern. 1923 wurde hier zum ersten Mal die Irgenkampfbahn erbaut. Dann gab es irgendwann mal einen Neubau, eine Renovierung und jetzt ist das Stadion Dresden, nachdem der Sponsor dieses Jahr ausgestiegen ist. Vorzeitig gab es wohl ein paar Probleme. Genaue Details sind nicht bekannt. Gerade eben haben wir die Spieler schon auf der Leinwand im Spielertunnel gesehen. Jetzt wird es langsam heiß hier. Loboé bespricht sich da noch mit dem Schiedsrichter und sagt, hey, mach hier nichts falsch. Ist heute auch Capitano. Wenn zwei Kapitäne ausfallen, kommt der dritte dran. Und ich denke, es steht ihm auch gut zu Gesicht. Dafür ist er geholt worden. Alexander Schmidt ist schon auf seinem Platz. Und jetzt kommen die Mannschaften in Richtung Mittelkreis. Und jetzt steht das Stadionkopf. Auch die Regensburger machen hier ordentlich rabaust. Wieder viele Fahnen dabei. Sehr gut gefühlter Auswärtsblock. Die Red Hot Chili Peppers werden gespielt. Die Mannschaft nimmt Aufstellung. Und ich denke, jetzt geht auch langsam das Blickeln bei uns los, oder? Genau, jetzt steigt das Adrenalin. Jetzt geht es gleich rund. Der Jan heute wieder komplett in Blau, so wie beim Auswärtssieg in Großasbach gegen die zweite Mannschaft von VfB Stuttgart. Und Dynamo da ist zu Hause gewohnt mit gelben Oberteilen, schwarzer Hose und gelben Stutzen. Also die Vorzeichen stehen ja auf Sieg. Habe ich rausgehört aus deiner Prognose? Mal schauen, Dresden formiert sich schon so, dass sie in der ersten Halbzeit auf ihre Fans spielen. Nein, doch nicht. Seitenwechsel. Von unserer Seite spielt der Jan jetzt dann von links nach rechts, also Dresden zuerst, im Rücken ihrer Fans. Sonne, du wirst kein entscheidender Faktor sein. Bis jetzt sieht es noch nicht so aus, als würde hier was blenden. Warm ist es trotzdem. So, und jetzt wünsche ich mir gleich drei Tore, damit es hier ruhig ist und wir in Ruhe kommentieren können. Genau, dass wir mal wieder unser eigenes Wort verstehen. Wäre das auf jeden Fall super, wenn wir eine schnelle Führung für uns hätten. So, Daniel Franziskus steht bereit zum Anstoß. Anstoß und Aja Saßmann ist schon in der gegnerischen Hälfte. Schiedsrichter gibt hier noch ein paar Instruktionen. Weiß nicht, was er jetzt erzählt. Auf jeden Fall haben wir hier sehr technisch starke Spieler, deswegen denke ich auch, dass wir es heute eher mal über die Kombination versuchen und nicht unbedingt die hohen Bälle werden hier ausschlaggebend sein, zumindest im Angriff. Na, ich glaube auch, beide Mannschaften sind mit einem guten Kurzpassspiel ausgerichtet. Die werden das Spiel relativ schnell machen auf beiden Seiten. Ich denke mal, dass es auch ziemlich taktisch geprägt wird heute das Ganze. Aber lassen wir uns einmal überraschen. Auf jeden Fall der Jan mit einem Anstoß ausgeführt und ist im Ballbesitz über rechts. Daniel Franziskus wird da geschickt. Kann noch flanken, wird aber nichts. Dresden jetzt wieder im Ballbesitz über links. Und sie kombinieren sich nach vorne, die Dresden. Aber Fabian Tretenbach ist dazwischen und kann zum Einwurf klären. Ja, da haben sie sich schön nach vorne kombiniert. Auch Regensburg hat sich schön nach vorne kombiniert davor. Einwurf ist ausgeführt. Über die Edelverteidigung. Hintenrum spielt Dresden jetzt. Verlagert jetzt auch die rechte Seite. Jetzt kommt der lange Ball. Aber wir schon im Ballbesitz. Jetzt Geipel treibt an. Hat da Platz. Versucht über die rechte Seite Dürrmaier mitzunehmen. Aber das hat nicht geklappt. Drette erobert sich den Ball hier noch. Spielt ihn jetzt zurück. Auf kurz. Kurz jetzt mit dem langsamen Spielaufbau. Verschiebt die Seite auf die linke Seite. Das sieht gut aus. Wir lassen uns hier nicht nervös machen. Bis jetzt noch keine Fehlpässe. Immer noch der Ball hinten rum. Immer noch kurz. Ja, der Jan lässt sich ganz ruhig einmal erst einmal angehen. Um Sicherheit erst einmal zugewinnen. Faktisches Foul von Dresden. Jetzt haben wir Freistoß. Freistoß in der eigenen Hälfte. Kurz ausgeführt. Läuft über die linke Seite nach vorne der Ball. Jetzt geht es wieder zurück. Der Ball läuft in der Führerkette zu Thomas Turz. Er sucht eine Ansprungstation. Ja, passt wieder zurück auf Andy Geipel. Und der wollte dann Seitenwechsel machen. Bleibt dann Dresden hängen. Aber der Jan kann den Ball zurückerkämpfen. Jetzt wieder Thomas Kurz. Den Ballbesitz auf der rechten Seite. Chipt den Ball nach vorne auf Franziskus. Aber die Dresden sind dazwischen. Aber der Jan blockt gut. Da kämpft sich der Ball wieder. Über die rechte Seite uns aus Fahler und Andy Gündner. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wurde ja oft bemängelt, dass wir zu hektisch sind. Aber heute sind wir überhaupt nicht hektisch. Gündner legt sich jetzt ganz rechts aus mit dem Ball zurecht. Möchte aber den Freistoß nicht selbst schießen. Und da wird Herzl geschickt. Auch ungewöhnlich. Von ganz links muss er jetzt ganz rechts den Ball treten. Mal schauen, ob er ihn reinzirkelt. Er zirkelt ihn rein. Ah, leider ist da kein Regensburg-Kopf dazwischen. Aber der zweite Ball landet bei uns im 16er. Wird reingechippt, aber da steht keiner. Jetzt muss man aufpassen, dass wir kein Konter fangen. Dritte ist jetzt die einleinige Absicherung. Jetzt wird er mal in die Mitte gechippt. Jetzt wird es gefährlich. Der verspringt und da wird Türmeier gelegt. Geipel war es, der noch gerettet hat. Oh, das hätte gefährlich werden können, aber sehr gut aufgepasst von Andy Geipel. Ja, da haben sie Dresdner nach der Ecke schnell gemacht. Haben einen Herrn da locker leicht ausgekontert in dem Fall. War eine 2 gegen 2 Situation. Aber Andy Geipel, wie der Robert schon sagt, hat das super erkannt. Hat er gegen einen Ball abgelaufen. Jetzt wieder kurz über die rechte Seite. Bis jetzt haben wir deutlich mehr Ballbesitz, aber leider jetzt der Fehlpass über die linke Seite. Kurz aber wieder dazwischen. Trotzdem Dresden hintenrum im Ballbesitz, aber es ist noch nicht gefährlich. Sie sind noch in der eigenen Hälfte. Verschieben jetzt auch auf die rechte Seite. Über die Mitte. Bis jetzt läuft hier der Ball auf beiden Seiten nicht schlecht. Jetzt versuchen sie wieder zu überchippen. Aber das hat nicht geklappt. Jetzt ist Türmeier dazwischen. Jetzt versuchen wir den Spielaufbau zu machen. Schön durchkombiniert über die Mitte. Herr Osman jetzt treibt an. Versucht ihn über die Außenbahn zu machen. Das ist gut. Drette hat jetzt hier Platz. Aber die Dresdner verschieben ja auch sehr gut. Jetzt versucht er es wieder hintenrum. Erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Bloß nicht nervös werden lassen. Das gefällt mir sehr gut. Es ist zwar noch nichts Spektakuläres, aber eben auch noch nichts Schlimmes passiert. Jetzt auch auf die rechte Seite. Drette. Herr Osman jetzt wieder rechts durchkombiniert. Gündner bleibt hängen. Und Dresden jetzt wieder im Ballbesitz. Aber wir stören hier früh. Jetzt können sie sich über die linke Seite durchkombinieren. Ja, aber sehr schöne Grätsche hier. Dürmeier Matthias liefert hier ein fehlerloses Spiel bis jetzt ab. Sehr stark antizipiert, würde ich mal sagen. Klasse. Also er hat das genau im richtigen Moment, hat er die Grätsche angesetzt und hat den Ball halt zur Ecke rausgegrätscht. Eckball jetzt hat Dresden auf der linken Seite in Höhe des Sechzehners. Wir wollen einen kurzen Ball spielen. Kommt auch an. Da wird der Janspieler ausgespielt, kann auf Flanken, geht aber am Tor vorbei. Jetzt Eidur von der anderen Seite für den Jans. Das war wieder eine Aktion aus dem Kuriositätenkabinett. Unfassbar, wie der jetzt wieder vor das Tor gekommen ist. Leider nicht konsequent genug geklärt. Dresden jetzt im Sechzehner versucht sich hier fallen zu lassen. Aber kein Elfmeter natürlich nicht. Schöner Befreiungsschlag. Der Ball jetzt wieder in der Hälfte von Dynamo. Die bauen jetzt hier wieder langsam das Spiel auf. Wir verschieben hier auch ganz gut. Quasi ein 4-4-2 in der Rückwärtsbewegung. Jetzt drehten sich hier Herzl gegenseitig auf den Füßen umeinander. Aber der Ball ist schon wieder weg. Auch Osman legt den ab sehr schön. Und jetzt wird Daniel Franziskus geschickt. Und er hat ein bisschen Platz. Aber da ist er zu klein und unterläuft den Ball. Und foult hier, ich würde sagen, aus Versehen. Ein Dresdner bekommt aber dafür die gelbe Karte. Er hat sehr ungeschickt ausgesehen. Ja, Daniel Franziskus hat nicht immer Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen. Also, dass das eine gelbe Karte ist, ist das für zwei Mal jetzt. Das ist jetzt nach sechs Minuten. Er kommt halt ein bisschen zu spät, weil er das Kopfballdorferlade hat. Und nachfassen, dann würde er den Ball noch erreichen. Und ja, er wischt halt den Dresdner. Aber das war jetzt, sag ich mal, keine Absicht. Das war einfach ein ganz normales Fall. Und dafür gleich die gelbe Karte zu zeigen, finde ich schon ein bisschen, das ist übertrieben. Weil wenn er jetzt so weitermacht, dann Gängerheit noch vier oder fünf Spüller. Ja, wenn er so konsequent weiterpfeift, gibt es hier 16 gelbe Karten am Ende. Dresden kommt jetzt nicht aus der eigenen Hälfte raus. Weil wir sehr gut nach vorne verschieben. Jeder läuft hier für den anderen bis jetzt. Jetzt geht es über die rechte Seite. Versuchen, sich hier durchzukombinieren. Aber Geipel war dazwischen. Gino versucht jetzt den Spielaufbau. Jetzt über die linke Seite. Herzl rückt nach. Ja, jetzt ist er wieder hinten gelandet. Jetzt über die rechte Seite kurz. Hat jetzt den Ball. Schaut, ob er jemanden anspielen kann. Bis jetzt, offensiv, fehlt noch ein bisschen die Bewegung. Da haben wir jetzt das Umschaltspielen nicht so konsequent durchgezogen. Aber jetzt vielleicht mal über die linke Seite. Leanhard wäre frei gewesen. Aber da hat man lieber den Pass nach hinten gewählt. Kurz jetzt wieder. Spielt ihn jetzt in die Mitte. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass die Dresdner nicht überhält. Das Presse anfangen jetzt. Schön über die Mitte. Wieder links außen. Dürmeier. Jetzt aber Berlin hat am Ball. Wobei die Dresdner relativ früh stören. Wenn der Jan ein bisschen über die Mittellinie kommt, in die eigene Hälfte der Dresdner, sind die eigentlich schon da und gehen ziemlich früh drauf. Man merkt, die haben was vor heute. Ja, wir schaffen es noch nicht, durchs Mittelfeld durchzukombinieren. Man merkt, vielleicht ist die, ja, der Befehl, über die Außen zu spielen heute. Da versucht jetzt Leanhard auch mal anzutreiben. Schickt Franziskus. Ja, der wird hier abgelaufen. Haben sie gut verteidigt. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht den Konter zu fangen. Dresdner über rechts. Jetzt auf taktisches Foul von Dürmeier, glaube ich. Die von Herzl. Und da bekommt er jetzt gelb. Jetzt haben wir schon zwei gelb vorbelasteten Spieler in der neunten Minute. Ja, gut. Jetzt zu der gelben Karte, die war jetzt in dem Fall berechtigt. Der Dresdner, der ist halt frei über die rechte Seite gekommen und wird halt vor allem, ja, taktisch schlägt. Ja, das ist halt jetzt halt, ja, mehr als blöd schon nach neun Minuten, dass wir schon zwei gelbe Karten haben. Beim Auswärtsspul in Dresden. Also, wir dürfen jetzt ein bisschen ruhiger machen. Ja, vor allem ist ja noch nichts Böses dabei. Das ist halt gefährlich. Dresden jetzt auf der rechten Seite, 40 Meter vom Tor weg. Da müssen wir aufpassen, damit der nicht reingezirkelt wird. Wir spielen zum Glück kurz. Ist sogar noch schief gelaufen. Jetzt der Ball in der Mitte. Wird jetzt auf die linke Seite geschippt. Da ist Teixera. Der versucht hier Treppenbach aussteigen zu lassen. Aber da hat er nicht die Rechnung mit dem Drette gemacht. Aber da wird schön gefaltet. Drette immer noch am Ball. Löst sich da aus. Drei Spieler. Gündner jetzt am Ball. An der Eckfahne. Schießt den Dresdner an. Und wir haben einen Urf sehr gut gelöst. Aber die Dresdner sind ja extrem bissig, wie du heute schon erwähnt hast. Wahnsinn. Hoffentlich können die das nicht lang durchgehen. Durchhalten. Aber Fabian Drettenbach lässt sich ja auch nicht den Schneider abkaufen. Und er beißt sich da dazwischen. Er kämpft ja wie gesagt den Ball. Und holt ja im Endeffekt den Einwurf da wieder für uns raus. Jetzt pfeift der Schiri schon wieder. Foul für Dresden. War jetzt wieder Männer, Männer noch jetzt auch wieder kein richtiges Foul. Das war halt ein bisschen stärkerer Körperkontakt würde ich jetzt einmal sagen. Ja, da ist Gino auch zum Schiri hingegangen. Ich meine, man kann es auch übertreiben. Ich glaube, da muss der Schiri echt schauen, dass er hier nicht zu streng pfeift. Sonst kommt hier kein Spielfluss auf. Jetzt genau der gleiche Freistoß von der linken Seite. Mal schauen, ob sie ihn wieder so verhunzen. Hoffentlich. Wird jetzt getreten, kommt aber jetzt hoch rein. Jetzt müssen wir aufpassen, da kommt der Kopfball-Loboy am Ball. War nicht ungefährlich. Schöne Kopfballverlängerung, aber hat dann keinen Abnehmer gefunden. Loboy versucht jetzt über die linke Seite das Spiel aufzubauen. Da ist Gündner. Spielt wieder zurück, zu kurz. Ja, jetzt noch nicht viel Bewegung im Spiel. Wir versuchen wirklich den Ball zu halten, Ruhe ins Spiel zu bekommen. und Nadelstiche zu setzen. Naja, es fehlen im Moment ein bisschen die Anspielstationen nach vorne. Aber wie gesagt, Dresden macht das ganz gut und stellt die Räume ziemlich früh zu. Sodass der Janko nicht die Möglichkeit hat, das Kurzpassspiel groß aufzuziehen. Also wir haben viel gezwungen, dann weiter die Bälle momentan noch zu schlagen. Ja, und da haben wir halt fast nicht ganz so gute Abnehmer wie für das Kurzpassspiel. Jetzt ist auch ein Pass schief gelaufen. Jetzt kommt Dresden lange durch, aber zum Glück hat Dürrmaier mal wieder aufgepasst. Phänomenal, der Junge. Jetzt können wir uns durchkombinieren. Ah ja, jetzt treibt mal an. Mal schauen, ob die Erkältung schon wieder aus, die da draußen ist. Und der schießt und der geht leider guten Meter vom Tor vorbei. Kann man mal probieren, aber da muss mehr Wumms dahinter. Ja, keine Gefahr fürs Dresden, das Gehäuse. Abstoß für Dynamo wieder vom Benjamin Kirsten. Der spielt einen kurzen Haus auf dem Michael Hefele. Der Ball wird jetzt auch hinten rumgespielt bei den Dresden. Der Jahn steht auch momentan ziemlich hoch. Machen Sie es eigentlich im Gegensatz, machen Sie es eigentlich 1 zu 1 wie die Dresden momentan. Und da kommt der Fehlpass von der Nummer 4 hinten. So mehrt man den ist, kann er passen, spielen auf 3 Meter, spielt er direkt ins Aus. Sieht man auch nicht immer. Ja, haben sich selbst nervös gemacht. Daniel Franziskus hat da den Spieler gestört und dann hat er ihn einfach freiwillig ins Aus gespielt. Aber jetzt versuchen wir hintenrum wieder mal das Spiel aufzubauen. Kennen wir schon heute. Jetzt kommt der lange Ball, Franziskus. Dafür ist er doch noch nicht schnell genug, obwohl er wirklich flink ist. Jetzt müssen wir aufpassen, die linke Seite. Da hat die Teixera mal wieder Platz. Aber hat es nicht genutzt, hat es über die rechte Seite verlagert. Dresden muss jetzt auch hintenrum spielen, weil wir eben genauso gut engmaschig stehen im Mittelfeld. In zwei Abwehrlinien könnte man sagen. Sieht sehr gut aus von hier oben. Dresden fällt jetzt nichts ein, spielen hintenrum. Jetzt kommt der lange Ball, der sollte aber kein Problem sein, hoffentlich. Ja, ist ein Problem für den Dresdner Spieler. Ja, das habe ich auch so gesehen. Herzl wirft hier sofort ein, aber der Linienrichter hat es anders gesehen. Deswegen Dresden jetzt im Einwurf in Höhe des Sechzehners, wird ihn auch schon aus. Hintenrum gespielt, jetzt wird er reingechippt. Ja, kurz hat ihn dann natürlich. Auch Osman, jetzt muss wieder die Feuerwehr brennen. Oh, falsches Spruch. Jetzt könnte es schnell gehen, jetzt läuft der Ball über die rechte Seite nach vorne. Ich fahre wir an Trettenbach. Jawohl, spielt den kurzen Pass auf Gündner, der will wieder per Hacke zurückgehen auf Trettenbach im Sechzehner. Wird aber leider nichts. Dresden jetzt wieder im Ballbesitz. Läuft schon wieder im Gegenzug das Ganze. Aber da hat Andy Gündner wieder aufgepasst, er konnte den Ball sicher kämpfen. Aber die Nummer 9, der Dresden, ist dazwischen und schiere pfeiftig. Jetzt die Dresden, 1 gegen 2 Situation und der Schuss. Und das Tor für Dynamo Dresden. Die Nummer 11 war es, Justin Eilers. Ja, die Vorarbeit kommt durch die Nummer 9, Tom Valios, der aber, wie ich es jetzt gesehen habe, ein klare Foul am Gündner macht und somit der Schiri, der es nicht greift und er den beiden Ball nach vorne spüren kann und die Dresden somit eine super Überzahlsituation gehabt haben und der über das rechte Eck alleine auf Stefan Loboy zuläuft und den Ball trocken ins linke Eck einschiebt. Unfassbar, da bekommen wir wieder zwei Kinkerlitzchen, gelbe Karten und da wird das offensichtlichste taktische Foul nicht abgefiffen und prompt bekommen wir das Tor. Also es ist unfassbar, was da wieder passiert ist. Aber jetzt bloß nicht pieren lassen, da können wir nichts dafür und jetzt einfach so weiterspielen und versuchen langsam vor das Tor zu kommen und dann ihn einzuschenken. Ja, genau, wieder Kopf hoch und weiter geht's. Ja, bei der Schiri auf unserer Seite, wenn wir was machen, pfeift da eh die Kleinigkeit und jetzt hat er wohl ein Foul an uns gewissen, dann lasst das durchgehen wieder. Es ist halt einfach traurig, dass wenn der Schiri die Linie verliert und wir wieder mal davon benachteiligt werden, naja, jetzt müssen wir das, wir müssen es wegstecken, die Mannschaft muss es jetzt wegstecken, aber jetzt wurde schon wieder so ein Kleinigkeitszeug gepfiffen und Dresden jetzt wieder mit dem Freistoß. Unfassbar. Jetzt ist zum fünften Mal ein neuer Ball, ein zweiter Ball auf dem Spielfeld. Dresden jetzt hinten rum. Über die rechte Seite, jetzt wieder in die Mitte. Da ist Erdmann. Jetzt über die rechte Seite, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt er wieder in die Mitte. Oh, oh, oh. Dürrmeier haut ihn da humorlos einfach noch aus. So ist es gut. Einwurf in Höhe des Sechzehners mal wieder. Jetzt kommt der Ball rein. Lien haut ihn weg. Wieder Einwurf an der Eckfahne. Jetzt alle Janspieler so, ja, im eigenen Sechzehner im Endeffekt am Verteidigen. Einwurf kurz reingeschmissen. Und da wäre Herzl dazwischen gewesen, aber kann den Ball nicht mehr halten. Geht wieder ins Aus. Wieder Einwurf, Dresden fast selbe Position. Die spielen sich wieder kurz, den Ball zu einem Sechzehner, aber da ist auch Osman dazwischen und kann das Ding nach vorne haben. Ja, bewegt sich immer noch alles in unserer eigenen Hälfte. Der Jan versucht rauszukommen, aber jetzt wieder der Fehlpass. Christian Fjell wieder im Ball. Der kippt ihn wieder nach vorne. Die Dresda. Da hätte Thomas Kutz den Ball fast verloren. Die Dresda erkämpft sich ihn zurück. Jetzt am Sechzehner. Und der Chip durch Texterra knapp über die Latte. Da hätte er aber Stefan noch eh gehabt, aber jetzt willst du, wie du besser aufpasst. Nicht, dass er so schnell das 2 zu 0 auch noch kommt. Ja, wirklich wieder mal kurios, wie sie da vor das Tor gekommen sind. Und auch kurios, dass es kein Foul war. Da lagen sie dann beide am Boden. So, jetzt über die rechte Seite kurz mal wieder am Ball. Der hat bestimmt schon seinen 80. Ballkontakt. Jetzt wird es ihm zu blöd. Jetzt kommt der lange Ball. Aber Franziskus ist halt einfach nicht groß genug, um den abzufangen. Und da ja, unbestimmt, ungestüm, hüpft Günther in seinen Gegenspieler. Deswegen zu Recht Freistoß. Aber damit muss es auch getan sein. Ja, da klatschen sie ab. Das war auch keine Absicht. Freistoß in der eigenen Hälfte. Der wird kurz ausgeführt. Über die linke Seite. Ja, die versuchen hier immer, die langen Bälle zu spielen. Und sehr schön den Körper dazwischen gestellt von Fabian Trentenbach. Dafür hat er auch die richtige Figur. Deswegen ein Urf für uns an unserer Eckfahne. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir rauskommen. Dresden attackiert hier früh. Ah, leider. Ein Urf für Dresden. Da hat Geipel nicht das Foul gezogen bekommen, obwohl von hier aus es schon ausgesehen hätte, als würde er gehalten worden sein. Ein Urf jetzt für Dresden. Ja, die kombinieren sich hier nicht schlecht durch, aber Treppenbach dazwischen. Jetzt können wir mal aufbauen. Gino hat jetzt in der Mitte den Ball. Spielt ihn sehr schön zu Oßmann. Oßmann treibt an. Spielt jetzt über die rechte Seite. Versucht jetzt den Spieler zu überlaufen. Ja, da ist ihm leider der Saft ausgegangen und wurde hier abgelaufen. Dresden jetzt mit dem Befreiungsschlag. Treppenbach holt ihn sich auf den Fuß. Geipel kombiniert durch. Sehr schön. Da ist leider noch ein Kopf dazwischen. Aber jetzt haben doch hoffentlich wir mal den Freistoß. Jawohl. Ja, Frank Rüdenbach hat ein Sehen und pfeift nochmal. Bei uns wieder mal einen Freistoß. Nach knapp 20 Minuten. Leider 1 zu 0 für Dynamo Dresden. Fabian Treppenbach führt den Freistoß kurz aus aufs Geipel. Und der zieht gleich ab. Aber gute 5 Meter übers Tor. Keine Gefahr. Ja, so richtig gefährlich sind wir heute noch nicht vor das Tor gekommen. Ja, das war jetzt auch wieder der Schuss aus ca. 25 Metern. Aber da war keine Gefahr dahinter. Jetzt Dresden wieder im Aufbauspiel über Hefele. Der lässt den Ball wieder hinten rumlaufen. Jetzt sind wir an der linken Seite hier draußen. Er passt auf Christi am Fehl. Aber da ist Geipel dazwischen und treibt dann nach vorne. Und wird meines Erachtens wieder gefault. Aber der Schiri greift es nicht. Somit Dresden im Ball besitzt über Hefele. Der spielt nach rechts außen. Bekommt den Ball zurück. Jetzt am Mittelfeld. Kommt der weite Ball, der Seitenwechsel. Aber Fabian Treppenbach lässt sich hier nicht verschaukeln. Und ist sofort dazwischen. Und er kämpft sich den Ball. Spiel den auch. Thomas Kurz setzt den Ball im eigenen Sechzehner bei uns. Auf Dürmeier. Dürmeier dann. Auf Geipel. Geipel auf Güntner. Jetzt läuft das Ganze sauber nach vorne in einem Kurzspaussspiel. Franziskus auf Gino Windmüller. Aber der vergeigt den Ball. Hat er sich wieder zurückgekämpft. Und jetzt läuft das Aufbauspiel wieder. Das Jahr. Ja, es sieht nicht schlecht aus, wie der Ball hier läuft. Das ist jetzt, glaube ich, schon der 25. Ball. Kontakt über die linke Seite. Lienhard bringt ihn in die Mitte. Ja, schön durchgelassen. Gino Windmüller hat ihn jetzt. Steckt ihn auf rechts durchdreht. Er hat jetzt viel, viel Platz. Jetzt muss man schauen. Jetzt muss man einrücken. Jetzt kommt die Flanke. Jetzt kommt die Flanke. Und er steigt aus. Mann hoch. Ah, nee. Franziskus war es. Und köpft ihn drüber. Wenn er fünf Zentimeter größer gewesen wäre, hätte er sich die Seite aussuchen können. Butterweiche Flanke. Gefällt mir. Also, wirklich guter Spielzug vom Jahn. Ja, das mal sauber kombiniert. Wie der Robert schon gesagt hat, über fast 20 Stationen ist das Ganze jetzt gelaufen. Und der Jahn hat sich einigermaßen wieder erfangen. Und kommt ja wieder besser in die Partie. Also wir üben jetzt viel mehr Druck wieder raus nach vorne in den letzten drei, vier Minuten. Das hat ja auch vor dem 1-0 sehr gut ausgesehen. Ist halt unglücklich gefallen. Aber jetzt treibt Dresden an. Gott ist der Siemer schnell. Kreuzer Niklas hat da einige Meter abgenommen, Herzl. Obwohl Herzl sogar noch besser gestanden war. Damit hat er auch nicht gerechnet, dass der so schnell ist. Kreuzer hat übrigens jedes Spiel gemacht. Wurde noch nie ausgewechselt. Hat die vollen 630 Minuten bis jetzt durchgespielt. Also der kann anscheinend was. Jetzt der Eckball für Dresden. Linke Seite wird wahrscheinlich weit geschlagen. Ja, so ist es auch. Aber Loboé ist draußen. Und kann den Ball fangen. Wird aber vom Dresden Hefele gestört. Und ja, zu Boden gerungen, sage ich jetzt mal. Schaut jetzt so, als wäre was kaputt. Loboé bleibt momentan noch liegen. Schade eigentlich. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Eigentlich, wenn ein Torwart rauskommt, dürfte nicht mehr viel Erde da sein. Aber er hat sich ja wirklich was getan. Das Medi-Team kommt jetzt auf den Platz. Ja. Bergdorf hat sich heute auch intensiv warm gemacht. Und jetzt... Und jetzt trinkt Comvalius Loboés Wasser. So ein Lausbur. So ein Lausbur, ja. Jetzt wird er ausgenockt und dann wird er noch sein Wasser gedruckt. Das war ein heimtickischer Hinterhalt, um an Loboés Wasser zu kommen. Wir haben sie abgesprochen. Comvalius und Hefele. Ja, auch die Jahn-Spieler jetzt alle an der Bank. Alexander Schmidt gibt hier noch Anweisungen. Er redet vor allem mit unseren zwei Offensivgriffen. Franziskus und Osman. Ja, wir brauchen hier noch mindestens zwei Tore. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. 25. Spielminute jetzt gleich. Loboés steht schon wieder, langt sich an die Schulter. Ja, die rechte Schulter hat es anscheinend erwischt. Ich denke mal, auf den ersten Blick wird es schon weitergehen für ihn. Die Ärzte reden noch mit ihm. Ja, aber toll. Da muss man auch einmal aufpassen. Die würden ja auch spielen, wenn der Fuß abfällt. Gibt es ja bekannte Beispiele. Ich sage nur Brasilien und Oliver Kahn. Also freiwillig geht ein Torhüter meistens nicht raus. Aber er hat sich jetzt nochmal in die rechte Schulter gelangt. Immer noch, schon wieder. Also weh tut es auf jeden Fall noch. Jetzt wird der Preistoß von Loboé ausgeführt. Er kommt hoch und weiter über die rechte Seite. Cino verlängert da, ohne dass er springen muss. Sehr schöner Einwurf für uns. Tretter jetzt auf Cino. Damit hat er nicht gerechnet, aber er kämpft sich die Ball sehr schön. Dresden kombiniert sich hier durch. Aber Dresden in Überzahl. Und jetzt sind wir wieder hinten an der Mittellinie. Geipel treibt an. Wird hier wieder taktisch gelegt. Und versucht sich hier... Warum wird jetzt Geipel erwarnt, wenn der Dresdner... Wenn Dürrholz hier versucht, Stunk zu machen. Das verstehe ich nicht. Also irgendwie... Irgendwie ist das nicht fair verteilt. Die Sympathie, das schiebt sich das. Ausmann steht bereit. Liebe Grüße, Andi Sarah. Grüße zukünftig bitte an. Cruiseservice at Turmfunk. So, viel ist nicht passiert. Wir sind hier immer noch im Mittelfeld. Aber Dresden hat sich den Ball jetzt geschnappt. Bringt ihn über die Mitte. Jetzt muss man aufpassen. Kurz mit dem verunglückten... Uiui. Mit dem verunglückten Ball. Kann aber im Nachfassen dann den Ball noch rausdresschen. Ja. Und Loboy, so wie ich das gerade richtig hinter mir rät hier... Hat gerade das Zeichen gegeben, dass er ausgewechselt werden will. Anscheinend geht es nicht mehr weiter mit seiner Schulter. Er hält ja nicht ständig. Und hat jetzt auch schon Zeichen gegeben. Und so wie ich da auch sehe... macht es ja Dominik Berghoff gerade schon bereit. Also er hat auch schon dieses knallorange Torwart-Trikot übergestrüfen. Wahrscheinlich würde in Kürze der Wechsel stattfinden. Und mittlerweile ein sehr schöner Angriff über die rechte Seite. Verwechseln dürfen, Berghoff wärmt sich hier gerade sporadisch auf der Bank auf. Während wir hier ein Foul fabriziert haben. An unseren Freund Konvalius. Freistoß von halb links. 35 Meter vom Tor. Sollt hoffentlich nichts anbrennen. Aber jetzt steht Berghoff an der Linie. Mal schauen, ob jetzt schon gewechselt wird. Jetzt kommt das Signal zum Wechsel. Und Lobo E muss hier leider raus. Schade, gute Besserung von dieser Stelle. Er lässt hier auch ganz... Den Kopf hängen tut anscheinend echt weh. Spielführerbände wird jetzt übergeben. Jetzt alle drei Spielführer verletzt. Unfassbar. Ja, neuer Käpt'n ist jetzt Thomas Kurz. Ja, und wie gesagt, sehr bitter. Jetzt auch der 20. Minute. Jetzt müssen wir den Torwart auswechseln. Dominik Berghoff kommt jetzt rein. Ja, ist natürlich jetzt schade. David-Stefan Lobo E. Ja, sehr herzlich. Die Umarmung am Berghof. Junge, halt den Kasten jetzt sauber. Noch ein Schluck aus der Pulle. Die 25 Meter waren sehr anstrengend. Und jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Stefan Jagd schlief... Haut ihn rein. Verlängert schon wieder nicht die Zuordnung im 16er. Da hat es wieder ganz kurz gebrannt. Aber... Raus! Und Gündner hat das Ding raus. Aber der Restor im Bäume sitzt wieder. Läuft wieder hinten rum jetzt im Moment. Aber sie versuchen wieder schnell nach vorne zu kommen. Hätts über die linke Seite wieder. Wird der Ball wieder hineingechippt. Die Nummer 10 der Restor hat sich gut freilaufen können. Aber da hat er beim Andi Galper kein Glück. Der ist dazwischen und kann das Ding kehren. Einwurf. Wieder ein Motoristen auf der linken Seite in Höhe des 16ers. Die Nummer 34. Das Stefani Agmar wird wieder einwerfen. Nein, doch nicht. Texera wird es machen. Ja, der Einwurf kommt auf Christian viel. Aber der kann nichts draus machen. Wird geblockt und gestört von Andi Galper. Abstoß für den Jahn. Erster Ballkontakt zusammen für den Dominik Berghoff. Wird wahrscheinlich weit abschlagen. Nein, doch nicht. Kurz rausgespielt zum Andi Galper. Der gleich weiter auf Patrick Lienhardt. Der links raus auf Stanislaw Herzl. Auf Windmüller. Der zurück wird auf Herzl. Herzl mit dem Seitenwechsel. Sauber gespielt auf Fabian Drittenbach. Und über die rechte Seite. Die drehst du dazwischen. Einwurfjahn. Ja, sehr schöner Ballwechsel. 30 Meter die Seite gewechselt. So lobe ich mir das. Auch Osman mit der Körpertäuschung setzt hier Lienhardt sehr schön in Szene. Der wird gefoult. Und guter Freistoß. Jetzt aus aussichtsreicher Position. Und auch wieder sauber durchkombiniert von den beiden. Das hat er der Patrick Lienhardt gemacht. Er hat sauber rausgeholt den Freistoß. Also der Kontakt war nicht allzu groß. Aber er hat das geschickt gemacht. Hat sich dann fallen lassen. Hat Schiri Freistoßvielfaltzimmerzentral vor dem Kasten der Dresdner. Ich sage einmal so 23, 25 Meter ungefähr. Ein riesen Pfeifkonzert der Dresdner aus ihrem berüchtigten K-Block. Ja, jetzt bräuchte man einen mit einem ordentlichen Wumms eigentlich. Aber es stehen die Techniker bereit. Herr Osman und Franziskus, wenn ich das sehe. Franziskus schießt in die Mauer. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber schön durchgetankt von Fabian Treppenbach über die rechte Seite. Jetzt kommt bestimmt gleich die Flanke. Nein, abgegrätscht. Einwurf in Höhe der Eckfahne. Aber sauberer Andritt vom Fabi. Der jetzt auch den Einwurf ausführt. Ja, es bietet sich gerade keiner an. Jetzt kommt der Ball auf Lienhardt. Wieder Treppenbach. Günther. Günther verspringt ihn hier. Und jetzt kommt der lange Ball. Aber Geipel fängt ihn ab. Sehr schön. Herr Osman mit der Hacke. Und jetzt hat nochmal Herr Osman. Allein vom Tor. Tor! 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 Direktabnahme! Ah, jetzt! Herr Osman! Fußballgott! Fußballgott! Und da steht es 1 zu 1! Und Team Dresdner Westen hat ich mit ihm hier geschirrt. Dieser Wirbelwind! Eier Sausmann! Und feiert hier auch noch mit den Dresdner Fans. Dieser Kerl ist phänomenal. Ja, jetzt kriegt der Schützenrichter eine sauberne Ermahnung, weil er zum Dresdner Block gejubelt hat, sag ich jetzt mal. Aber das war eine sauberne Aktion. Das war eine sauberne Kombination zwischen einem Andi Geipel und einem Eier Sausmann. Und dann legt ihm der Geipel mit dem Kopf vor und Ausmann zieht das so 14, 15 Meter Wolle ab und schlägt, ja, im linken Eck der Dresdner ein. Und ja, Benjamin Kirsten... Das ging blitzschnell! Wahnsinn! Und dann nichts ausrichten, ist chancenlos sauber gemacht. So kann es weitergehen. 1 zu 1 hier in der Rissen. Die Einspieler haben jetzt auch gerade alle zum Aufwärmen geschickt worden. Ja, Kurz räumt hier humorlos ab. Sehr gut gemacht. Da wird es auch nicht gefährlich. Aber jetzt wieder in Höhe der Eckfahne Einwurf für Dresden. Das hat man heute schon sehr oft. Jetzt kommt der lange Ball, aber wir sind in Überzahl und schön rausgeköpft. Und Dürmeier muss das gewesen sein. Lien hat kämpft hier. Alle kämpfen, aber Dresden trotzdem noch irgendwie am Ball. Sehr schön gekämpft. Und jetzt wir am Ballbesitz und eigentlich auch Überzahl. Lasst euch hier nicht irritieren von den Fans. Jetzt über die Mitte. Lien hat Platz. Treibt an. Wand sein aus. Kommt durch. Steht allein vom Tor. Wird gelegt. Elfmeter. Das muss Elfmeter geben. Hallo! Es gab keine Klaube an den Elfmeter. Das gibt es einfach nicht. Ja, Jury, das gibt es halt. Das musst du doch sagen. Patrick Lien hat lasst hier zwei Leid super aussteigen. Läuft am 2. vorbei und wird dann gelegt im 16er. Und der Jury sagt bloß weiter, weiter. Allein schon der Geschwindigkeitsüberschuss. Ja, also das kann es ja wirklich nicht sein. Ja, lautes Pfeifkonzert immer noch von Dresden. Also die sind da auch total unzufrieden. Mann, Mann, Mann. Das schießt er jetzt überhaupt, weil das hat er gerade auch wieder, ja, das sag ich mal auch wieder, ein, zwei Fals, das hat er durchgehen lassen, die man eigentlich hätte pfeifen können. Aber wie gesagt, jetzt ist ja richtig Stimmung und richtig Würze drin. Und jetzt muss Kult wieder dazwischen. Das macht er phänomenal. Kretchen hier zum Einwurf raus und schießt auch noch den Dresden dabei ab. Bundesliga-Reif. Kretchen jetzt mit dem Einwurf. Franziskus wurde hier anscheinend gefoult. Er liegt da und wälzt sich. Jetzt müsste es mal einer rausspielen. Ja, der Ball wird rausgespielt. Und da macht sich der Dresden, ich sehe gerade nicht die Nummer, keine Freunde, weil er beim rausschießenden Fan abgeschossen hat. Die haben sich da gerade kurz aufgeregt. Ja, das war die Nummer 4. Der Dresden, der Erdmann, der ist, und wie gesagt, in die eigene Haupttribüne, volle Knäcke hineinbolzt und hat einen eigenen Fan erwischt. Ja, Franziskus hat hier was auf den Knöchel bekommen, auf den linken. Naja, ich würde sagen, ein bisschen Eissprill drauf und dann geht das wieder. Ja, schade wirklich auch. Ich habe da noch ein bisschen mit der Elfmetersituation. Jetzt müssen wir schauen, dass wir diesen Schwung mitnehmen. Ausmann mit dem Beinschuss und spielt den Fairplay-mäßig zurück. Das hat er gut gemacht. Hat er auch gut gelöst, einfach auf die andere Seite. Dresden jetzt im Spielaufbau hinten rum. Über Hefele. Jetzt wieder über die rechte Seite. Die wissen nicht, wohin. Hefele jetzt wieder am Ball in der Mitte. Bringt ihn jetzt weit nach rechts außen. Jetzt hat er mal Platz. Jetzt müssen wir langsam dazwischen gehen. Lien hat ihn drauf, lässt sich aussteigen. Aber er hat sich jetzt dazwischen. Jetzt wieder irgendwie durchgewurschtelt. Und ja. Freistoß für den Jan zurecht. Mit dem Bodycheck wurde da Geibel oder Dürmeier. Wer liegt denn da? So weit weg ist es von hier. Müsst Dürmeier gewesen sein. Deswegen Bergdorf. Deswegen Bergdorf jetzt über die linke Seite. Wieder zurück zu Bergdorf. Aufpassen, Jungs. Dresden presst. Linke Seite Herzl jetzt am... Nee. Ah. Lien hat verliert hier leider den Ball. Aber Dürmeier dazwischen. Sehr stark. Franziskus geht. Auf Herzl. Herzl treibt an. Eigentlich haben wir hier Platz. Ah, da versucht er aus meiner Szene zu setzen. Schiri, geh weg. Jetzt wieder auf die linke Seite. Franziskus. Ja. Da hat er sich ein bisschen leicht fallen lassen. Er hat wieder was auf seinen Sprung gelenkt bekommen. Wurscht. Ist ein Wurf für den Jahn. Wollte natürlich einen Freistoß rausholen. Aber da ist der Schiri nicht drauf reingefallen. Die Dresden haben ja wieder ein lautes Five-Konzert gestartet. Aber zumindest haben wir einen Einwurf. Von der linken Seite. Auf Gino Windmüller. Der lasst abtropfen. Zurück. Aber. Galpe vertändelte Ball. Und somit wieder ein Wurf für Dynamo. Ja, der Ball läuft wieder jetzt im Mittelfeld. Über die linke Seite. Jetzt gibt es wieder Einwurf-Adressen. Ja, wird weit eingeschmissen. Missverständnis bei den Dresdern in der Abstimmung. Der Ball kommt zum Jahn. Die versuchen schnell zu machen. Über die rechte Seite jetzt. Fabian Tarettenbach. Aber verliert den Ball. Der Dresdner sofort standen. Wieder den Gegenzug über die Nummer 9. Und jetzt der Ball in der Mitte. Und da wollte es ein bisschen einfacher machen. Der Eilers Justin zieht hier ab. Aus 30 Meter. Haut aber mehr in den Boden. Also er den Ball trifft. Und somit zerrudelt der Ball zu Dominik Bergler. Der den Ball gleich wieder runterfallen lässt. Und auf Thomas Kurz spielt. Der Eilers, der ist auch nervös. Die sind jetzt hier nervös. 1-1 steht. In der 39. Spielminute. Wir bauen das Spiel von links auf. Herzl jetzt zu Herr Osman. Der lässt ihn wieder abtropfen. Und über die Mitte. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Aber wir kombinieren uns hier echt gut durch. Über die rechte Seite. Jetzt Trette wieder am Ball. Hat hier Platz. Jetzt kommt der erste Angriff. Lässt hier zwei Leute auflaufen. Auflaufen. Ja, jetzt. Andi Geipel weiß jetzt nicht, was er mit dem Ball anfangen soll. Oh, Beinschuss. Sehr schön. Lienhardt. Da wurde halt wieder nichts gepfiffen. Deswegen drehst du jetzt am Ball. War eigentlich ein Foul. Lienhardt jetzt wieder auf der rechten Seite mit dem Ball. Wird hier wieder Body gecheckt. Hallo. Und dann feißt er das Foul gegen uns. Und dann feißt er das Foul gegen uns. Unfassbar. Und jetzt bekommt. Wer bekommt jetzt die gelbe Karte in Dresdner, weil er Lienhardt hier noch umgecheckt hat, nachdem schon längst gepfiffen worden war. Aber eigentlich wäre das wie zu der Situation gekommen, hätte er vorher schon gepfiffen. Mann, 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 Mann. Und dann wäre das wie zu der Dresdner Nils Texera. Hat jetzt die gelbe Karte eben gesehen. Weil er da auch wieder rumgeschubst hat. Trotzdem verreicht das für Dynamo Dresden. Kirsten Benjamin wird noch raushauen. Ja, so ist es. Weiter Ball ins Mittelfeld. Kopfball-Duell. Da hauen sich die Dresdner gegenseitig über den Haufen. Und der Janis im Ballbesitz. Ja, so etwas können wir es öfter natürlich machen. Ja, jetzt das gleiche Spiel auf unserer Seite. Hinten rum. Geipel jetzt im Ball. Auch interessant. Im Angriff haben wir nur eine Dreierkette. Über die rechte Seite dritte, pflückt ihn da runter und wird hier wieder gehalten. Und wird immer noch gehalten. Es wird nicht gepfiffen. Wahnsinn, wie die hier mit den Händen rumfuchteln dürfen, ohne dass gepfiffen wird. Jetzt bei Kirsten zurück. Oh, beinahe wäre der Osman noch hingekommen. Schön runtergepflückt von Kurz, aber leider dann die Bogenlampe zu niemandem. Er kämpft sich hier aber wieder den Ball. Jetzt wird es ein bisschen hektisch, bis er jetzt ins Aus getragen wurde. Dresden jetzt in Höhe der Mittellinie mit dem Einwurf. Ja, 40 Minuten sind jetzt rum. Es steht 1 zu 1 hier im Stadion Dresden. Momentan, sage ich jetzt mal, die letzten 10 Minuten, das Ganze jetzt ziemlich ausgeglichen. Nachdem die ersten 20 Minuten klar an Dresden gegangen sind und dann die 10 Minuten danach sind sie an uns gegangen. Ja, Hinterkopf-Kopfball von Kurz auf Bergdorf. Kuriose Szene gerade. Hätte auch Szenenapplaus geben können, aber das hat leider nur Simon bemerkt. So, wir bauen wieder von hinten auf. Die Heatmap müsste ganz eindeutig rot sein hier bei unserer Dreierkette, die sich den Ball immer wieder hin und her schieben, bis dann sich eine Lücke auftut. Also auch ein bisschen ungewöhnlich im Gegensatz zu den letzten Spielen. Da wurde es ja ein bisschen bemängelt, dass wir immer zu schnell versuchen, Fortchecking zu machen. Aber heute sieht es sehr durchdacht aus und auch Dresdenbach wurde jetzt hier wieder in Szene gesetzt. Ist schon im 16er und wird leider hier auch ein bisschen bedrängt, aber das reicht nicht für den Elfmeter. Läuft dann ins Aus mit dem Ball und deswegen hat Kirsten jetzt den Abstoß. Aber es schaut nicht schlecht aus. Momentan schaut es wirklich gut aus, dass man da die drei Minuten vor der Halbzeit noch nutzen und vielleicht noch den Führungstreffer schießen. Aber wie gesagt, momentan läuft der Ball wieder in der Hälfte der Dresden über Hefele. Der kann bloß zurückpassen auf Kirsten, weil der Jan wieder ziemlich früh stören anfängt. Und da ist der Jan wieder dazwischen durch Andi Günten auf der rechten Seite. Er wollte Lina mit ihm Doppelpass spielen, aber da ist ein kleines Missverständnis. So wird Dresden wieder im Ballbesitz, aber alles in der eigenen Hälfte. Keine Gefahr, die spielen bloß am Ball hinten herum. Hefele versucht jetzt wieder nach vorne anzutreiben. Spielt ihn flach rechts raus. Aber er kriegt den Ball im Postwenden wieder zurückgespült. Jetzt passt er auf Christian viel nach außen. Der kann auch nur zurück abtropfen lassen. Also momentan stellt der Jan ziemlich gut zu, dass eigentlich Dresden gezwungen ist, fast den weiten Ball zu spülen, aber den sie momentan eben nicht spülen. Sie versuchen es ewig mit der Ballschieberei hinten herum. Und jetzt relativ planlos der Seitenwechsel von Dresden. Und deswegen können wir uns hier vielleicht den Einwurf erkämpfen. Näh, schön gut gelöst von Kreuzer. Der weite Ball jetzt von Kirsten. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier nicht überspielt werden, aber Fabi passt auf. Da kommt der lange Ball. Bergdorf pflückt ihn runter. Sehr schön aufgepasst von unserer Verteidigung, von unserem defensiven Mittelfeld. Das hat auch schon mal anders ausgesehen. Jetzt wieder Bergdorf am Ball. Jetzt müssen wir aufpassen. Dresden presst. Wird es über kurz gelöst. Der bringt ihn weit. Chino verlängert. Und jetzt könnte Daniel Franziskus durch sein, wenn er schnell genug ist. Sehr gute Chance. Aber da war Dresden in Überzahlung. Franziskus hat es nicht geschafft, sich durchzuwurschteln. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Und da wird schon wieder so ein Foul gepiffen. Gündner weiß ja auch nicht, was mit ihm geschieht. Er läuft einfach nur auf ihn hin. Und er fällt. Schon gibt es Freistoß. Aber da haben sie die... Kirsten da mit einem Todesabschlag ins Aus. Deswegen wir jetzt noch mal mit der Chance, in der 45. Spielminute, die jetzt gerade läuft, noch mal den Ball nach vorne zu tragen. Er ist aber schon wieder bei uns hinten bei Kurz. Der jetzt über Dürmeier auf die linke Seite versucht, den Ball nach vorne zu bringen. Auch Osman ist zurückgekommen. Versucht hier das Dreieck zu spielen. Ist jetzt in der Innenverteidigerposition. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt mit dem Durchkombinieren. Nein, das ist jetzt ein bisschen schiefgegangen. Deswegen hat Dresden wieder den Ball besitzt. Ja, aber das selbe schon wieder. Die schieben schon wieder den Ball bloß noch rundherum. Ja, Schiri zeigt gerade an. An der Außenlinie noch drei Minuten werden nachgespielt. 45 Minuten sind jetzt gerade rum. Dresdner, jetzt haben sie es einmal in einem Kurzpassspiel in die Hälfte des Jahren vorgearbeitet. Aber da Missverständnis, da wollte der Dresdner seinen Stürmer schicken. Aber der Ball geht ins Wehre und Dominik Berghoff kann ja mit dem Fuß anstoppen. Spielt hier wieder flach raus. In der Mitte über Andi Geipel, der treibt an. Jetzt an der Mittellinie auf Windmüller, der zurück auf Gündner. Und der versucht es jetzt auch durch die Mitte, beinahe zwar seinen Gegenspieler aus Dresden, aber der Ball landet auch beim dahinterstehenden Mitspieler. Jetzt kommen sie hier nochmal gefährlich über die linke Seite mit der Nummer 8. Der kommt jetzt in die Mitte, Kurz passt auf, sehr schön. Jetzt muss Gündner den weghauen, schafft es nicht. Rettbach fängt ihn ab, jetzt ist der Ball in der Mitte. Wird über die rechte Seite gespielt, jetzt müssen wir zuordnen, Leute. Jetzt kommt er rein, schön abgefangen von Lienhardt, mit dem Kopf zum Einwurf geklärt. Wenn Dresden hier zu Chancen kommt, dann immer über solche Zufallsdinger. Jetzt muss man aufpassen, ja, schön. Das habe ich jetzt anders gesehen, Dresden jetzt nochmal mit dem Einwurf. Ich dachte, wir haben schnell ausgeführt, aber Missverständnis beim Einwurf passiert auch nicht ganz so oft. Jetzt haben wir Abstoß, sehr schön. Jetzt nichts anbrennen lassen, drei Minuten Nachspielzeit. Davon müssen jetzt die Hälfte schon mindestens um sein. Ich hoffe, dass wir noch einen Angriff machen und vielleicht sogar den noch gut abschließen. Bergdorf macht hier kurz über die linke Seite. Jetzt kommt der lange Ball. Franziskus kommt nicht hin. Jetzt hat Dresden wieder den Ball. Jetzt muss man aufpassen. Ja, sehr schön, Lienhardt läuft ihn hier ab. Jetzt nochmal ein Doppelpassspiel mit Franziskus. Der bekommt ja die Hacken. Die in sein Sprunggelenk wird heute auch sehr pläsiert sein. Jetzt haben wir nochmal einen Freistoß in Höhe der Mittellinie. Ich hoffe, die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Und da kann man vielleicht noch was mitnehmen. Das wäre natürlich optimal, wenn man jetzt den Freistoß guckt. Der ist ein bisschen weit hinten. Der ist im Mittelfeld. Aber vielleicht kommt er weiter nach vorn. Und jemand kann er verlängern oder irgendwie abziehen. Und da sagt, ja, mit einem 2 zu 1 sind die Pause gehen. Schauen wir mal mal. Geipel wieder ausführend. Jetzt kommt dann der reide Ball. Kopfball auf kurz. Und Herzl versucht es. Der reibt den Ball 20 Meter vor dem Tor. Spielt jetzt nach außen auf Fabian Drittenbach. Der lasst seinen Gegenspieler stehen. Dribbelt sich durch. Spielt den Ball in die Gasse auf Patrick Lienhardt. Aber der wird abgelaufen. Dresden den Ball besitzt. Und die können den Ball heraus sein aus der Gefahrenzone. Jetzt versucht es Dresden nochmal nach vorne. Ball im Mittelfeld. Jetzt versucht sich die Nummer 10. Oder hat sich gegen drei Gegenspieler durchzusetzen versucht. Aber da wird er geblockt. Und der Jury pfeift zur Halbzeit. Ja. Halbzeitstand 1 zu 1. Keine schlechte Ausgangslage für uns. Aber ich würde sagen, es ist ein gerechtes 1 zu 1. Obwohl wir hier schon Feldüberlegender waren. Insgesamt gesehen war man momentan, würde ich schon sagen, mal über die 45 Minuten Feldüberlegen. Und dann habe ich gesagt, in dieser Darmphase von Dresden, diese 15 Minuten, die sie mal gespielt haben, da haben wir aufpassen müssen, dass wir nicht innerhalb kürzester Zeit mit 2 zu 0 schon hinten lagen. Das stimmt. So gehen wir in die Pause und wir sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran. Ich weiß nicht. Sie sind in die Pause. bigger� und compensationsêmes. ollaum- journaling- ig Muys. Ja. Wir sind jetzt hier für euch da. Ja. Vielen Dank. 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 Jetzt müssen wir mal aufpassen. Kein Konter. Sehr stark gemacht von Kurz. Jetzt vielleicht mal wieder über die linke Seite. Herzl jetzt im Ballbesitz. Versucht ihn durchzubringen. Setzt nach. Läuft auf den Sechzehner zu. Da kommen sie nicht durch, durch diese vier, fünf Leute in der Mitte. Da müssen wir aufpassen. Jetzt gar kein Konter fangen. Wieder Dürrmeier. Sehr gut aufgepasst. Kirsten jetzt im Ballbesitz. Jetzt könnte es vielleicht mal wieder ruhiger werden. Schauen wir mal. Dresden spielt hinten rum. Ja, momentan ist das Spiel ganz schön abgeflacht, sage ich jetzt einmal. Es geht auf beiden Seiten sehr wenig zusammen. Dresden auch los mit der Ballschieberei in der eigenen Hälfte. Fiel versucht es wieder schnell zu machen. Spielt den Ball in den freien Raum. Der Dresden kommt ran, versucht er, Dominik Berghoff zu überlupfen. Aber Dominik Berghoff hat den Braten gerochen. Und ja, stellt den Weg rechtzeitig zu und kann nicht über Luft führen. Da hat Smartsock jetzt einen abbekommen. Und die Dresdner sind hier fuchsteufelswild. Aber jetzt bekommt er auch die gelbe Karte zu Recht dafür für den Ellenbogeneinsatz. Es war Hefele Michael, regt sich auch fürchterlich auf. Smartsock liegt am Boden, braucht Eisbehandlung. Ja, weiß nicht, ob das absichtlich war, aber der Ellenbogen war dazwischen. Und zu Recht auch gelb, der hat da nichts zu suchen. Ja, die Temperaturen machen die Spieler ein bisschen zu schaffen. Mitten im Herbst wird es ja auf einmal über 20 Grad warm. Was soll das auch? Sauer Osman wird jetzt den Freistoß gleich ausführen. Der Ball liegt im Mittelkreis. Nein, doch nicht. Jetzt geht auch Osman weg. Andi Geipel schnappt sich den Ball. Spielt noch rechts raus auf Thomas Kurz. Und der spielt den hohen Ball in den Sechzehner. Den erwischen aber die Dresdner Köpfen wieder raus. Und es läuft wieder der Gegenzug von Dynamo. Läuft wieder über die rechte Seite. Aber da ist Herzl dazwischen. Und kann den Dresdner stören. Und somit läuft der Ball ins Aus. Torabstoß für den Jahren. Berghoff. Ja, er sucht nach einem Anspielpartner. Aber es wird der weite Ball werden. Ja, so ist es. Auf Cino Windmuller. Der kann ich mit dem Kopf verlängern. Auf Smartsock. Der bringt ihn aber nicht unter Kontrolle. Hefele ist dazwischen. Und Hefele will zurückspielen auf den Torwart. Aber da... Es war ein richtiges Eisen, was er da zurückspielen hat. Völlig unbedrängt. Einfach mal den eigenen Keeper am Bolzen. Eckball für den Jahren. Jetzt macht sich Ajax Orsmann bereit. Von der rechten Seite. Linat macht sich auch bereit. Mal schauen, ob er kurz wird oder lang ausgeführt wird. Schiri sagt hier noch, die Dresdner müssen ein bisschen weiter zurück. Die versuchen hier eine Mauer vor der Ecke zu bilden. Jetzt wird er getreten. Der kommt kurz nach hinten gespielt. Aber den rutscht Herzl durch. Fabi bringt ihn jetzt rein. Hacke von... Ja, jetzt wird er hochgespielt. Schön, Lienhardt bringt ihn nochmal mit dem Kopf rein. Er ist immer noch heiß. Orsmann holt ihn sich runter. Ja, legt ihn sich bereit. Auf die linke Seite. Und schafft es nicht. Lienhardt in Szene zu setzen. Aber wäre eh abseits gewesen. Aber sehr schön. Wie halt Ajax einfach die Coolness bewahrt in solchen Situationen. Jetzt müssen wir aufpassen. Einwurf für Dresden. Und da geht er 30 Meter vor. Ja, er ist immer auf der Hut zum Glück. Das hat auch schon mal anders ausgesehen. Jetzt wird er Geipel in der Mitte. Chino bringt ihn jetzt auf die Außenseite. Jetzt hat dritte Mal Platz. Versucht er den Spieler zu überlaufen. Bleibt hängen. Drehst jetzt im Konter. Aufpassen. Jetzt wird er auf die linke Seite rausgespielt. Mit ihrem Rücken. Deswegen können sie kein Tempo aufnehmen. Sehr schön. Der Zwischengang mit dem Kopf im Liegen. Smartsock. Deswegen jetzt hat die Situation bereidigt. Hinten rum. Dresden baut jetzt wieder hinten auf. Über die Nummer 5. Das ist Hefele. Er findet keine Anspielstation. Versucht ihn jetzt zu chippen. Jetzt über die rechte Seite. Der Herzen steht aber dabei. Gewinnt jetzt hoffentlich den Zweikampf. Sehr schön. Hat er sich dreimal um ihn herum gedreht. Hat den Ball gewonnen. Jetzt haben wir wieder den Ballbesitz. Machen sie jetzt. Ah, sehr schön durchgelaufen. Smartsock wird ja taktisch gestört. Das hätte eigentlich abgefiffen werden müssen. Aber Vorteil laufen lassen. Über die linke Seite. Ja, Zweikampfgewinner Dresden. Schade. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt wieder über die Mitte. Jetzt haben sie mal 3, 4 Meter Platz. Können antreiben. Über die linke Seite jetzt. Wird aber wieder zurückgespielt. Und da hat der Schießrichter wieder irgendwas gesehen. Und es gibt Freistoß. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht erklären. Da war überhaupt nichts. Aber er pfeift auch einmal. Ja, somit Freistoß. Ja, 30 Meter am Kasten. Dresden eigentlich mit dem Rückpass. Und dann kommt der Pfiff. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wieder Christian Fiedl. Wieder in der Freistoßposition. Ich denke mal, dass er das mal nicht aufs Tor probieren wird. Dass diesmal die Flanke kommen wird. Vorbei sie sich gerade zu dritt beraten. Schiri gibt den Ball frei. Zwei Mann haben wir da vorgestellt. Ja, die Flanke kommen. Und klasse Aktion von Dominik Berghoff. Wie gesagt, der Freistoß kam hoch, hinein. Hinein gechippt. Kopfball von Heferle, so wie ich es jetzt gerade gesehen habe. Und da ist Bergdorf da mit seinen schnellen Reflexen und wehrt den Ball über die Latte. Bergdorf die Katze. Und jetzt Eckball von der linken Seite. Die Hütte brennt hier jetzt auch. Jetzt kommt er reingetreten. Wieder Kopfball gesehen. An den Pfosten. Bergdorf dazwischen. Ja, da haben wir mal das Glück auf unserer Seite gehabt. Ich glaube, wieder Eckball. Mann, Mann, Mann. Kopfball. Pfosten, Bergdorf. Und dann ist er draußen. Oh, wei, oh, wei. Da haben wir jetzt ein ganz schön Glück gehabt, dass wir dieses Ding nur rausgebracht haben aus der Gefahrenzone. Jetzt hat Eckball aber von der linken Seite. Ja, die Ecke wird getreten. Die wird hoch und weit reingeschlagen. Ja, und jetzt kommt zwar der Dresdner wieder an den Ball. Diesmal war es die Nummer 4, der Erdmann. Der ist sauber geköpft, den ca. 3 Meter übers Tor. Ja, so mit Abstoß. Jetzt können wir uns wieder sortieren. Ein bisschen da wieder Ruhe reinbringen. Nach der überstandenen Dreifachschuss. Mann, Mann, Mann. Ja, letzte Woche war es gegen uns. Da ist der Ball dann auch an Torwart und Abwehrspieler abgekullert. Und dann ins Aus. Jetzt haben wir mal das Glück auf unserer Seite. Und versuchen jetzt gleich nach vorne zu gehen. Ja, da er wieder ungestüm. Hat er ihn schon getroffen, der Patrick. Aber deswegen jetzt wird das Fleisch so schnell ausgeführt. Aber führt zu nichts. Wir im Ballbesitz über Gino Windmüller jetzt in der Mitte. Der treibt an. Macht den Seitenwechsel. Fabi Treppenbach lasst den Dresdner aussteigen. Hat jetzt Platz. Zieht über die Mitte. Und jetzt muss sich da mal einer anbieten. Nee, er schießt. Er schießt ab. Und er kommt weit und vor. Und er kommt weit. Der fliegt, der fliegt, der fliegt. Und er ist einfach drin. Er ist drin. 2 zu 1. Unfassbar geiles Tor. Wunderschön. Sehr schön. Die blöde war es. Und jetzt ist hier irgendwas gepfiffen worden. Keiner weiß warum. Der Schuss. Er pfeift das Tor ab. Keiner weiß warum. Warum pfeift er das Tor hier ab? Wieso pfeift er das Tor ab? Keine Ahnung. Wir können das Spiel abpfeifen. Also. Er pfeift. Er zieht hier das Tor zurück. Keiner weiß warum. Keine Ahnung was er hier gesehen hat. Sowas habe ich noch nie erlebt. Fabian Trettenbach zieht das 30 Metern ab. Und der Ball schlägt ein und der Schiri gibt es nicht. Keine Ahnung. Da muss im Vorlauf zu der Situation irgendwas passiert sein. Kein Mensch kann es jetzt momentan sagen, was hier passiert ist. Ja eigentlich müssten wir hier jetzt auch streiken. Wir schauen uns gerade fragend an. Es weiß hier keiner. Keiner links. Keiner rechts weiß. Es kann nur Abseits oder Hand gewesen sein. Aber da war 100 Meter kein Spieler um den Ball herum. Um den Torwart herum. Ich bin hier total bedient. Normalerweise kannst du es so nicht gewinnen, wenn der Schiri so gegen dich ist. Jetzt kommt der Ball hoch rein. Bergdorf pflückt ihn runter zum Glück. Und da gehen sie zu zweit auf unseren Torwart drauf. Es ist einfach eine riesen Frechheit, was hier gerade passiert. Keiner weiß, was der Schiri jetzt so im Dresdner Spieler gesagt hat. Wahrscheinlich gut so, mach weiter. Bergdorf hat jetzt den Freistoß. Über die linke Seite. Geht es jetzt nach vorne. Gino Windmüller kommt aber nicht hin. War zu kurz gespielt. Herzl jetzt köpft sie in die Mitte. Es ist Mario, wird gefoult. Da pfeift er jetzt mal. Und jetzt wird gewechselt. Die Nummer 19 von Dresden kommt rein. Das ist Fetsch Matthias. Und Dürrholz geht raus. Ja, keiner weiß immer noch nicht, warum das Tor abgefiffen worden ist. Auf Janns Seite macht sich Jonas Erwig-Truppel bereit. Mal schauen. Jetzt aber Smare mit dem Angriff. Bleibt hängen. Weiter Ball immer noch beim Jann. Geipel jetzt lässt einen aussteigen. Lässt den zweiten aussteigen. Schießt drüber. Dresden mit dem Spielaufbau hinten rum. Jetzt kommt der lange Ball. Kein Problem eigentlich für Bergdorf. Ja, da hat er ihn. Und jetzt nochmal kämpfen, Jungs. 67. Spielminute. Wir sind hier klar besser. Wir wurden hier nicht fair behandelt. Sagen wir es mal so. Und hier hat niemand anderes, als wir den Sieg verdient. Aber jetzt wird hier Bergdorf schon wieder angegangen. Und den Schießrichter interessiert das überhaupt nicht. Interessiert es gar nicht. Es ist einfach unfassbar. Unfassbar. Krass, 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 was hier passiert. Wir kriegen jetzt auch gerade die Info, dass das Tor von Fabian Drittenbach in der Situation, dass dann der Andi Geipel den Ball noch anscheinend abgefälscht hat bei dem Schuss und der im Abseits stand. Und deswegen wurde das Tor nicht gegeben. Okay, kann ich so nicht beurteilen. Aus meinen Live-Bildern hat sich das nicht ergeben. Ja, wir jetzt wieder mit dem Einwurf. 30 Meter vom Tor entfernt. Rechte Seite. Dritte macht es hier gut. Smartsock hält das Bein leider drüber. Verrächtigter Freistoß jetzt für Dresden. Aber da liegt noch einer. Die wollten es schnell machen. Jetzt wird zurückgepuffen. Jetzt wird auch gewechselt. Es kommt doch nicht Jonas rein, sondern Steininger, Daniel. Stürmer kommt rein. Mal schauen, wer rauskommt. Die Tafel wird halt nicht zu uns gezeigt. Doch, die drei. Gündner geht raus. Also es wird noch mal ein Stück offensiver hier. Obwohl natürlich Gündner auch seine offensive Position sehr gut ausgefüllt hat. Gündner hat es jetzt sehr gut gemacht gehabt. Ich denke mal, dass er jetzt auch nach knapp 70 Minuten, dass er einfach ein bisschen platt ist. Weil er hat wirklich viel getan, viel gerackert da drin. Und ja, jetzt kommt eben eine frische Kraft mit Daniel Steiniger. Ist ja auch noch mal immer wieder mal für das Tor gut. Die Leihgabe von Greuther Fürth. So, Dresden hat es wieder über die linke Seite probiert. Aber da war Drittenbach dazwischen, konnte den Ball sicher kämpfen. Aber im Anschluss daran, der passt wieder zu den Dresdnern, die versuchen es ebenfalls wieder über die linke Seite. Aber Drittenbach ist da wieder dazwischen, wird auch geschubst vom Dresdner und bekommt den Freistoß. Einwurf für den Jahn. Also kein Foul gepfiffen worden, dieser Bodycheck, sondern nur Einwurf. In 10 Meter von unserer Eckfahne entfernt. Jetzt geht er weit. Verlängerung. Ja, kommt aber keiner hin. Dresden ja auch abwehrtechnisch gerade in der Überzahl gewesen. Jetzt geht es um die linke Seite. Dresden treibt nach vorne. War noch ein weiter Zwischeneinwurf für Dresden jetzt. Auf der Höhe des 16ers. Wird abgelegt. Jetzt muss er wieder hinten rumspielen. Ja, schön, dass unsere Mannschaft sich davon nicht so beirren lässt. Sie spielen konzentriert weiter. Jetzt muss man aufpassen. Jetzt geht es über die linke Seite. Aber schön abgelaufen. Abstoß. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Bergdorf hat jetzt den Ball. Nur nicht beirren lassen. 71. Spielminute steht noch 1 zu 1. Bis jetzt können wir sehr stolz auf die Mannschaftsleistung sein. Jetzt kommt der Ball sehr hoch und weit. In die Schiene kommt er nicht hin. Und Dresden macht jetzt den Spielaufbau von hinten. Jetzt über die rechte Seite. Da ist Kreuzer. Spielt wieder zurück zu Hefele. Jetzt der Chip auf die rechte Seite. Jetzt schaffen sie es, vor dem 16er zu kommen. Jetzt wird er in die Mitte gechippt. Da ist keiner in den Rücken. Jetzt links abgelegt. Jetzt müssen wir aufpassen. Und da wird jetzt der Elfmeter gepfiffen, oder? Schwalbe, zum Glück. Oh Gott. Ich habe mir schon gedacht, das war zu einfach. Schwalbe abgepfiffen. Da ist mir jetzt ganz kurzzeitig das Herz in die Hose gerutscht. Wahnsinn. Welche Nummer war das jetzt? Ja, Schwalbe entscheidet auch. Ja, eben auch Schwalbe. Jetzt bekommt der Texterra Nils die zweite gelbe Karte. Somit gelb-rot. Und er muss den Platz verlassen. Also jetzt haben wir die letzten knapp 20 Minuten. Ein Mann in Überzahl. Schauen wir mal, ob wir daraus was machen können. Das war auch noch gelb-rot. Ja, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Und ich denke, mutige Entscheidung auch jetzt vom Schiedsrichter. Mal schauen, stellt Dresden um. Auf jeden Fall wird sehr viel gewunken. Die Trainerbank winkt viel, die Spieler winken viel. Ich denke, sie stellen jetzt auf eine einzelne Sturmspitze um. Beziehungsweise haben sie ja sowieso. Jetzt wird wahrscheinlich auch von dem 4-2-3-1 ein 4-2-2-1. Ja, jetzt können wir uns wahrscheinlich die restlichen 20 Minuten auf Pfeifen einstellen. Das macht die Arbeit hier nicht leichter. Aber das soll mir wurscht sein. Wenn wir hier jetzt noch ein Tor schießen, wird das natürlich phänomenal. Dann brennt die Hütte erst recht. Lienert jetzt zurück zu Geipel. Der wechselt die Seite. Herzl sehr gut gemacht. Wieder zu Geipel. Der bringt ihn jetzt nach vorne. Jetzt Schienow wird da gefoult. Kann ihn ablegen. Sehr schön. Und steht jetzt allein vom Tor. Lenkt nochmal ab. Nein! Herr Osman kann ihn einschieben. Nicht! Ja, da hat er keinen Druck vor dem Hinterm Ball bekommen. Das hat er schon letzte Woche spielen müssen. Bei seiner ersten Chance hat er keinen Druck mit seinem linken Fuß dahinter bekommen. Schade. Sehr gute Chance. Gleich im Gegenzug zur gelb-roten Karte vom Jan. So kann es weitergehen. Ja, in der Situation hätte eben der Cino Windmüller direkt selber abziehen sollen. Aber er hat halt praktisch den Ball ein bisschen verstolpert. Da hat er manchmal gehabt, ja, er spielt jetzt nochmal ab. Und der Osman war auch ein bisschen überrascht und hat praktisch keinen Druck mehr richtig dahinter gebracht. Ja, sei es darum, jetzt geht es für Dresden wieder nach vorne über die rechte Seite. Jetzt kriegen Sie einen Einwurf. Die Nummer 7 der Kreuzer Niklas wird ihn einwerfen. Er wirft kurz, der lässt den Ball abtropfen, zurück. Aber der Jan dazwischen. Herr Osman am Ball, aber der verliert ihn wieder. Jetzt wieder Einwurf. Dynamo. Nach hinten geworfen. Jetzt ganz nach hinten zu Benjamin Kirsten. Der treibt den Ball am Fuß nach vorne. Jetzt kommt der weite Ball von ihm. In die Mitte auf die Nummer 9. Aber Thomas Kurz ist dazwischen. Kann mit dem Kopf klären. Auf Patrick Lienhardt. Der wieder auf Geipel. Läuft jetzt gerade durchs Mittelfeld. Wird jetzt rechts rausgespielt. Auf Fabian Tretenbach. Der nach vorne auf Daniel Steininger. Der wird aber vom Dresden geblockt. Und der verliert den Ball. Die Dresdner können sich den Ball zuschieben. Und die Dresdner den Unbedrängt nach vorne. Befreiungsschlag von Dresden. Berghoff kann in aller Ruhe annehmen. Und wieder nach vorne spielen. Auf Dürrmeier. Der auf Lienhardt. Lienhardt wieder zurück auf Dürrmeier. Dürrmeier. Der Flache passt auf die andere Seite. Zu Thomas Kurz. Der treibt an jetzt über rechts. Sucht einen Anspielpartner. Jetzt kommt das Seitenwechsel. Auf Wündmüller. Der kann mit dem Kopf verlängern. Auf Steininger. Ja, den kriegt er noch. Den schießt er sich selbst auf die Brust. Und deswegen leider zu Recht Abstoß. Kirsten jetzt versucht, das Spiel kurz aufzuziehen. Aber Horstmann rennt da drauf. Es gäbe es keinen Morgen mehr. Und jetzt hat Geipel Platz im Mittelfeld. Er legt sich den Ball zu weit vor. Aber deswegen Dresden jetzt mit der Kontraschance. Seht, dass Bergdorf zu weit draußen ist mit dem langen Ball. Aber der ist zu lang. Aber ich glaube, Bergdorf hätte ihn mit Mühe und Not noch erwischen können. Aber das macht er gefährlich, der Bergdorf. Er hat jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass er so weit bei seinem Posten steht. Wenn er jetzt mal bei Dresden mal ein bisschen platziert erschießt, dann schaut er all das aus. Ja, und wenn er ein guter Sprinter ist, wenn er die 100 Meter in 11 Sekunden läuft, dann schafft er das schon. Aber du hast recht. Jetzt versuchen wir über die rechte Seite. Jetzt ist es angeblich mal wieder ein Foul. Das ist halt wirklich sehr kleinlich. Aber mei, dieses kleinliche Gepfeife hat den Dresden wahrscheinlich auch zum Schmalben eingeladen. Anders hätte ich gedacht. Ja, ja, probiert es mal wahrscheinlich. Weil der Schiri halt eh ein bisschen alles anders sieht. Aber dieses Mal ist ja nicht drauf reingefallen. Jetzt wieder der Spielaufbau von hinten. Seitenwechsel auf die linke Seite. Dresden jetzt mit dem langen Ball, der verspringt. Jetzt müssen wir versuchen, da hinzukommen. Jetzt wird er noch länger, der Ball, über die Außen. Kurz stellt ihn da sehr gut, bekommt den Beinschuss. Und ein Wurf jetzt für, ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Ich glaube, ein Wurf für den Jahn. Das ist auch ein bisschen weit weg, um das von hier zu beurteilen. Ein Wurf an unserer eigenen Eckfahne. 78. Spielminute, da geht noch was. Jetzt kommt der Einwurf lang, wird verlängert. Gündner kriegt ihn auf dem Oberschenkel. Gino bekommt ihn auf dem Oberschenkel. Verspringt und jetzt ist der Ball gefährlich vom 16er und der ist drin. Das kann überhaupt nicht sein. Der wird dabei zu uns in den 16er gechippt und mit direkter Name einfach reingehauen. Solche Tore kassieren auch nur wir. Schade. In Überzahl hier ganz unglücklich das 2-1 gefangen. Wahnsinn. Und schon steht es 2-1. Der Ball war auch noch abgefälscht. Sehe ich gerade auf der Stadionleinwand. Und unhaltbar für Bergdorf. Oh Mann ist das bitter, oh Mann ist das bitter. Noch gut 15 Minuten mit Nachspielzeit zu spielen. Da muss noch was gehen. Jungs, beißt die Zähne zusammen. Beißt sie zusammen. Und ballert hier noch eins rein. Wir dürfen hier niemals ohne Punkt nach Hause fahren. Das wäre echt extrem bitter. So, Fabi mach was. Juli rechte Seite. Smarie jetzt in der Mitte. Wir lassen den Kopf nicht hängen. Jetzt zurückgespielt zu kurz. Viel Verlagerung auf Dürrmaier auf die linke Seite. Herzli jetzt. Lienhardt. Aber wieder hinten rum. Dürrmaier hat jetzt eigentlich Platz. Fabian Drettmach winkt sich hier eine ab. Bekommt jetzt endlich den Ball auf die rechte Seite. Lässt ihn abtropfen. Herr Oßmann jetzt. Packen wir es aus. Herr Oßmann hier mit viel Platz. Cino jetzt treibt an. Auch den 16er. Spiel zutritt er zurück. Der bringt die butterreiche Flanke in der Mitte. Steht leider keiner. Wird rausgeköpft. Der zweite Ball immer noch beim Jahn. Jetzt vor. Andy Geipel verliert er den Ball. Und Dürrmaier wieder humorlos nach vorne gedrasht. Der Kerl kann antizipieren. Der Kerl kann Zweikämpfe. Jetzt haben wir hier natürlich auch den Fans wieder Feuer gegeben. Mit diesem unglücklichen Gegentor. Zurück jetzt zu Kirsten. Der haut ihn nach vorne. Und jetzt wird er wieder im Ballbesitz. Ja, der Jan versucht es jetzt wieder hinten da rum. Mit seinen kurzen Pässen. Herzl mit dem Seitenwechsel auf Drittenbach. Fast wäre er angekommen in der Dresdler dazwischen. Aber zumindest kriegen wir einen Einwurf. Auf der linken Seite 25 Meter ungefähr von der Eckfahne weg. Herr Oßmann kann sich durchsetzen. Sucht den Zweikampf. Gewinnt ihn, will abspielen. Aber findet nur den Dresdner. Damit die Dynamo wieder im Ballbesitz. Die über die linke Seite. Er versucht sich die Nummer 11 durchzutanken. Schafft es nicht. Bleibt hängen, weil der Jan Spieler ihn fault. Freistoß für Dresden. In der eigenen Hälfte. Linke Seite. Ja, Dresden natürlich lässt sich jetzt viel Zeit. Spielt da den kurzen Ball hinten rum. Jetzt geht es zum Torwart. Der wird attackiert von Steiniger. Der haut den Ball weit nach vorne. Herzl kann ihn annehmen. Hat aber Probleme den Ball weiter zu spielen. Stolpert den Ball sozusagen ins Aus. Einwurf für Dresden. Rechte Seite. Er wirft den Einwurf nach hinten zu Hefele. Er sucht den Anspielpartner. Seitenwechsel auf die linke Seite. Womit er zurück zum Torwart. Ja, die haben jetzt alle Zeit. Die nehmen sie sich. Die wollen jetzt die Führung natürlich rüberbringen. Weiß er noch hinunter zu äußern. Jetzt bauen wir wieder von hinten auf. Über Dürmeier, über die linke Seite jetzt Herzl. Wir machen das hier wirklich nicht schlecht. Also kein Vorwurf an die Mannschaft. Jetzt der Seitenwechsel. Herr Osman lässt ihn durch zu Fabian Drettenbach. Der bringt ihn jetzt hoch und weit. Aber da steht wieder keiner. Smare hat ihn jetzt abgefangen. Der zweite Ball bei Herr Osman. Jetzt kommt nicht durch zu Drettenbach. Ja, aber jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn sich erkämpft. Er wird hier böse gelegt. Aber der Vorteil für den Jan. Über die rechte Seite. Jetzt kommt Lienhardt mit der Flanke. Schade, schade, schade. Da ist Herzl leider zu klein für den Kopfball. Und das begeht anscheinend auch noch im Offensivfall. Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Ja, jetzt lassen sich die Dresdner natürlich in der 83. Spielminute beim Stand von 2 zu 1 sehr, sehr viel Zeit. Jetzt wird wahrscheinlich dann auch noch... Ja, er lässt sich nicht auswechseln. Beziehungsweise es kommt kein Medi-Team auf den Platz. Ja, wir machen das echt gut. Es ist immer noch bitter, wie es hier steht. Ja, Kirsten nimmt hier 30 Meter Anlauf. Schiri gibt das Spiel wieder frei. Ball noch nicht ausgeführt. Jetzt kommt er hoch und weit. Lienhardt zu klein. Springt auf seinen Gegner drauf. Leider wieder faul. Jetzt wird die Zuschauerzahl durchgegeben, während der Freistoß immer noch nicht ausgeführt ist. 21.802 Zuschauer. Und in der Zwischenzeit bekommt Smartsock seine erste gelbe Karte. Während ein Dresdner mit Krämpfen am Boden liegt. Also das wird hier... Da werden wir uns jetzt auf sehr viel Zeitspiel ein... Ja, natürlich. Der Dresdner bleibt dazu wieder liegen. Jetzt sind es da sechs Minuten zu gehen. Ein bisschen Nachspielzeit vielleicht da. Jetzt hat er auch noch... Er deutet an, dass er Raum hat. Ja, natürlich schön Zeit spielen. Jetzt soll er halt rausgehen. Die drei Meter, da liegt er gerade über der Auslinie. Ja, jetzt steht er wenigstens mal wieder. Bereischt das für Dynamo. Rechte Seite an der Auslinie. Christian Fiel wird ausführen. Kurz gespielt. Ball immer noch von rechts heraus. Ja, da hat er sich jetzt versucht, durchzuspielen. Der Justin Eilers wird aber da gefoult von Herzl. Und bekommt er für eine gelbe Karte. Jetzt kommen die Becher geflogen aus dem Dresdner Fernblock. Also die Stimmung ziemlich hitzig jetzt momentan. Ja, und es dauert natürlich. Und dauert natürlich wieder. Ja, mittlerweile sind wir schon in der 86. Spielminute. Das kostet alles Zeit, Jungs. Freistoß immer noch nicht ausgeführt. Er ist auch noch nicht freigegeben. Jetzt ist er endlich freigegeben. Und sehr schön den Ball erobert. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Die wurschteln sich hier irgendwie durch. Und bekommt jetzt schon wieder das Foul. Nee, diesmal sagt er kein Foul. Vorteil über die rechte Seite. Lasst euch nicht beirren. Jetzt kommt er da ran. Und gerade noch ein Planfuß dazwischen. Wieder Eckball. Kostet wieder Zeit. Ja, beide Spieler gehen jetzt wieder langsam raus zum Ausführen. Ich denke mal, die werden auch wieder kurz spielen. Und dann an der Eckfahne stehen bleiben. Sie sind praktisch nur noch auf Zeitspiel aus. Ja, so ist es. Biel bleibt an der Eckfahne stehen und versucht, den Ball abzublocken gegen Aosemann und Lienhardt. Jetzt spielt er den Pass auf die Nummer 9. Und jetzt kommt die Flanke in den 16er. Geht an allen vorbei. Ja, Robert, hast du jetzt doch gesehen, was du genannt hast? Also ich bin jetzt da ein bisschen schwachlos. Dominik, der Merkdorf wollte schnell machen. Jetzt gibt es Eckeball. Er ist an der Abseits gepfiffen. Und dann hieß es irgendwie doch Eckeball. Jetzt gibt es Eckeball auf jeden Fall. Komisch, komisch. So, jetzt sehen wir dieselbe Konstellation. Wieder von der anderen Seite. Wieder zwei Spieler. Die werden jetzt wieder kurz ausführen. Ja, so ist es. Bleiben wieder an der Eckfahne stehen. Versuchen, den Ball zu halten. Und die nächste Ecke. Die 87. Minute ist gerade losgegangen. Jetzt hat wieder die Ecke kurz ausgeführt. Also, so, jetzt haben wir uns wegen dem Ball auch kämpfen können. Und zum Einwurf klären. Einwurf Dynamo. Linke Seite. Selbst das dauert ewig. Was ist denn los jetzt? Schön abgefangen von uns. Jetzt geht es vielleicht mal vorwärts. Nee. Wieder abgefangen. Langer Ball. Den kann sich hoffentlich Dominik Bergdorf runterpflücken. Macht er auch. Macht jetzt auch die schnelle Spieleröffnung über die linke Seite. Dürrmeier treibt an. Schneller Hopp. Drettbach winkt. Und der kriegt jetzt auch den Ball. Jetzt kommt der lange Flankenwechsel. Drettbach. Ah, nee. Wird abgeköpft. Einwurf für uns. 89. Spielminute ist gerade angegangen. Smartsock spielt den Ball jetzt zurück. Leute, nach vorne. Nach vorne müsst ihr spielen. Jetzt geht es über die Seite. Über die linke Seite. Dürrmeier. Spielt wieder Herzl an. Der versucht hier durchzuschwanz. Kann ihn schön durchstecken. Gino jetzt rüber zu Lina. Gino, Lina. Lina bringt ihn rein. Der ist zu weit. Der ist zu weit. Gerade konnte gerade noch geklärt werden. Wie er war immer noch im Ballbesitz. Kurz jetzt über die rechte Seite. Bringt ihn nach vorne. Smartsock verspringt ihm den Ball. Jetzt schießt kurz. Smartsock an und Einwurf für Dynamo. Mann, Mann, Mann. Slapstick. Leider Slapstick. Jetzt läuft gleich die 90. Spielminute. Das wird hier. Mann, Mann, Mann. Das wird noch eng. Dresden jetzt über die linke Seite. Da kämpft sich. Von Wallis durch. Wird aber bedrängt. Sehr stark abgegrätscht. Aber leider Einwurf für Dresden. Es wird eine Hängepartie jetzt noch hier noch irgendwie einen Angriff zustande zu bekommen. Ja, also jetzt wird Einwurf alles auf Zeit ausgelegt. Nur reines Zeitspiel. Der Trainer Alex Schmidt deutet an dem Schirr immer an. Er soll jetzt mal was machen gegen diese Zeitspielerei. Aber das interessiert ihn wohl auch nicht. Jetzt gibt es Abstoß. Jetzt schauen wir mal, jetzt kommt gleich der Mann wieder, der die Nachspielzeit anzeigt. Dass wir zumindest drei oder vier Minuten rauf kriegen. Wechsel nochmal. Ja, zuerst kommt noch der Wechsel. Bei Dynamo 3. Neuem Spiel kommt die Nummer 23. Der David Frotschig. Und aus der Partie geht die Nummer 9, Comvalius. Bringt natürlich alles Zeit. Nachspielzeit bisher immer noch nicht angezeigt. Der Jan im Ballbesitz. Probiert jetzt wieder über die linke Seite schnell nach vorne zu kommen. Smarts auch am Ball. Der auf Herzl. Herzl versucht seinen Gegenspieler auszuspielen. Einwurf bitte da, wo der ist. Gut. Und Herzl hat sich jetzt anscheinend zu viel beschwert, dass er den Einwurf nicht bekommen hat. Somit bekommt er jetzt die zweite galbe Karte. Das heißt auch für den Herzl, vorzeitig holt er die Dusche, galben, rot. Wieder mal sehr, sehr bitter. Wegen so einer nüglichen Situation hier. Gleich, dass er die galbe Karte ausholt. Ja, ich bleib lieber ruhig, weil sonst muss ich leider beleidigend werden. Ja, spielt natürlich jetzt alles Dynamo in die Karten. Spiel immer noch unterbrochen. Jetzt gibt der Ball wieder frei. Jetzt kommt der Einwurf. Weit geschmissen. Dürmeier kann ich mit dem Kopf abwehren. Der auch auf Lien hat. Lien hat zurück zum Torwart. Der Torwart gleich wieder auf. Dürmeier, jetzt läuft der Ball schnell über das Mittelfeld, über Geipel. Der chipt den Ball nach vorne auf kurz. Der verlängert ihn mit dem Kopf. Aber Windmüller kommt nicht daran. Jetzt nochmal aus, Mann. Probiert es nochmal. Auf Geipel. Der passt zu Steininger. Steininger zurück auf Geipel. Der zieht ab, passt 20 Meter. Aber die Dresdner können ablocken. Und der Schiri breit die Partie ab. Der SOS-Fahrrad verliert. Leider hier in Dresden. Nach einer sehr kampfbetonten Partie mit 2 zu 1. Sehr, sehr bitter. Nachdem die Dresdner hier auch noch in Unterzahl das 2 zu 1 machen. Und der Jan mit dem sauberen Schuss von der Rettenbach, der angeblich durch Geipel noch geblockt wurde, abseits gepfiffen wurde. Sehr, sehr bitter. Ja, mehr kann man auch dazu nicht sagen. Ich glaube, wir sind ja alle bedient. Man kann absolut keinen Vorwurf an die Mannschaft geben. Die haben hier gekämpft. Die haben hier ein ordentliches Spiel aufgezogen. Der Ball ist gelaufen. Unglückliche Entscheidungen. Zwei verdammt unglückliche Tore. Und dann fährst du hier mit 0 Punkten nach Hause. Jetzt reißen wir uns nochmal zusammen. Kommen nächste Woche alle ins Stadion. Unterstützen unsere Mannschaft. Peißen Sie nach vorne. Nicht den Kopf hängen lassen. Ja, nächsten Samstag eben um 14 Uhr zu Hause gegen Preußen Münster. Und unter der Woche haben wir noch das Tutu-Pokalspiel auswärts in Weiden. Das ist am kommenden Mittwoch. Mittwoch wird es sein, am 10. Ampfiff ist, soweit ich informiert bin. 17.30 Uhr, oder? 17. oder 18.30 Uhr. Schaut es nochmal in der Zeitung nach. Da steht es genau drin oder im Internet. Vielleicht vorne ein paar mit. Ja, danke fürs Zuhören. Schaltet ein, kommt ins Stadion. Und danke fürs Einschalten. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören.